Die Amirien waren eine arabische Dynastie in Andalusien. Der Aufstieg der Amirien begann unter Abi Amir Al-Mansur, als dieser von 978 bis 1002 die Regierung im Kalifat von Cordoba ausübte und den herrschenden Umayaden kalifisch arm II. von der Macht verdrängte, seine erfolgreichen Feldzüge gegen die christlichen Königreiche Uar, Barcelona und Santiago de Compostela führten das Kalifat zum höchsten Punkt seiner Macht. Allerdings wurde durch die starke Anwerbung von Berbern für das Heer und den sich daraus ergebenden Spannungen mit arabischen und slawischen Truppenteilen die Ursache für den Untergang des Kalifats gelegt. Abed al-Malik konnte die Macht seines Vaters als Kämmerer, Reichsverweser erfolgreich behaupten und die erfolgreichen Kriegszüge gegen die Christen fortsetzen. So wurde Leon 1004 erneut erobert und geplündert. Er wurde aber von seinem Bruder Abed al-Rahman San-Chulo vergiftet. Dieser strebte nun das Amt des Kalifen an und zwang Hisham II ihn als Nachfolger zu ernennen. Dies führte zu einem Volksaufstand in Cordoba und zur Absetzung von Hisham II. Als San-Chulo im Kampf um die Herrschaft in Cordoba fiel, war der Einfluss der Amiriden in der Hauptstadt gebrochen. Während der nun ausbrechenden Machtkämpfe im Kalifat von Cordoba und der Entstehung der Taifa-Königreiche sicherte sich Abed al-Assis, der Sohn von Abed al-Rahman San-Ghul in Valentia die Macht. Bereits zwischen 1065 und 1076 wurden die Amiriden unter Abed al-Malik von den Dunnuniden aus Valentia vertrieben. Zwar gelang unter Abu Bakr die Rückeroberung der Stadt, doch wurden die Amiriden 1085 endgültig von den Dunnuniden gestürzt. Vasallen der Amiriden errichteten weitere Herrschaften in Almeria, Tortosa und den Balearen. Anfang des 11. Jahrhunderts hatte das Reich von Denia und Mercia besondere Bedeutung, als es unter Al-Mujahid die bedeutendste Flotte im westlichen Mittelmeer besaß und die Herrschaft über Sardinien und Kosika anstrebte. Allerdings wurde er 1015 und 1021 von der verbündeten Flotte Pisas und Genuas schwer geschlagen. Dies leitete den Aufstieg dieser italienischen Seestädte im westlichen Mittelmeer ein.